Die koptische Kirche ist die altorientalische Kirche Ägyptens mit je nach Quelle 5 bis 11 Millionen Gläubigen in Ägypten. Darüber hinaus gibt es kleine koptische Gemeinden in Libyen, im Sudan und einigen anderen Ländern. Der koptisch-orthodoxen Kirche steht ein Papst vor, seit 2012 Tavadros II. Geschichte Die koptische Kirche geht auf das alexandrinisch-ägyptische Christentum der Spätantike zurück. Als Gründer der koptischen Kirche gilt der Überlieferung nach der Evangelist Markus, der im 1. Jahrhundert in Ägypten gelebt haben soll. Nach koptischer Tradition war Markus der erste Bischof von Alexandrien, wo er 68 in. CHR als Märtyrer starb. Deswegen wird die Kirche auch als alexandrinische Kirche bezeichnet. Wachsende Teile der Bevölkerung Ägyptens traten bis zum 7. Jahrhundert der Kirche bei. Danach wurde die weitere Entfaltung des Christentums durch die islamische Eroberung Ägyptens eingeschränkt. Die koptische Kirche verwendet seit dem 2. Jahrhundert neben dem Griechischen die koptische Sprache bei Bibellesung, Gebet und Predigt und seit dem Mittelalter vorwiegend als Sakralsprache. Heute wird das koptische nur noch selten als Alltagssprache benutzt, doch haben manche junge Kopten in den letzten Jahren begonnen, sich diese Sprache als Zeichen ihrer Identität wieder anzueignen. Aufgrund der Auseinandersetzungen um das Konzil von Chalcedon 451 erfolgte die Spaltung der nicht-chalcedonischen oder altorientalischen Kirchen und Der chalcedonischen Kirchen über die Frage der Zwei-Naturen-Lehre Von den chalcedonischen Kirchen als Monophysiten bezeichnet Ziehen die altorientalischen Kirchen die Bezeichnung Miaphysiten vor und sehen sich in Ablehnung der von ihnen verurteilten eigentlichen Monophysitischen Lehre Um sich von den chalcedonischen Kirchen abzugrenzen, bezeichnet sie jene als Diophysiten Sie vertreten also die Auffassung, Jesus Christus habe zwei Naturen gehabt, die aber nicht getrennt voneinander, sondern vermischt gewesen seien Wobei die göttliche dominiert habe Eine anlässlich des Konzils von Florenz am 4. Februar 1442 zwischen der römisch-katholischen Kirche und der koptischen Kirche geschlossene Union blieb folgenlos 1741, 1895 und 1947 gab es weitere Unionsversuche einiger Kopten mit der römischen Kirche, in deren Folge es zur Etablierung einer konkurrierenden, romunierten koptisch-katholischen Kirche kam Diese ist jedoch mit nur etwa 200.000 Gläubigen und von ihrer Bedeutung her nicht mit der koptischen Kirche vergleichbar Anlässlich der 1900-Jahr-Feier der Gründung der koptischen Kirche übergab die römisch-katholische Kirche 1968 als Giste guten Willens einen Teil der venezianischen Reliquien des heiligen Markus an die Kopten Sie werden seitdem in der päpstlichen Markus-Kathedrale in Kairo verwahrt Die beiden Kirchen sahen darin einen Beginn von vertieften Beziehungen 1988 haben beide Kirchen eine Formulierung angenommen Die die in Chalcedon manifestierten theologischen Meinungsverschiedenheiten nach über 1500 Jahren weitgehend ausräumt Lehre und Struktur der koptischen Kirche Der koptisch-orthodoxen Kirche steht ein Papst vor Von 1971 bis zu seinem Tod 2012 war dies Schenuda III. als 117. Nachfolger des heiligen Markus Am 4. November 2012 wurde Bischof Tavadros II. von Beheira als sein Nachfolger unter den letzten drei verbliebenen Kandidaten ausgelost Seine Einsetzung ins Amt des Papstes der koptischen Kirche erfolgte am 18. November 2012 Das christliche Mönchtum hat seinen Ursprung bei den Kopten und bis heute in dieser Kirche eine reiche Tradition Es wurde durch die HLL Antonius und Pachomius begründet Die Kopten lehnen die Lehre des Ägypters Eutyches grundsätzlich ab In der die menschliche Natur Jesu Christi von seiner göttlichen quasi aufgesogen wird und sind damit keine Monophysiten Eutyches sprach von einem Essigtropfen inmitten eines Meeres Das Dogma der koptischen Kirche entspricht dem der Konzilien von Nikea, von Konstantinopel und dem von Ephesos Auf denen die Kirchenväter sich einstimmig über Christi Natur festlegten Das Bekenntnis von Nikea wird von der koptischen Kirche in der ursprünglichsten Form verwendet, wie das Konzil von Nikea es verabschiedete Darin heißt es Wir glauben an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes einzigen Sohn, geboren aus dem Vater vor aller Zeit, Licht vom Licht Wahrer Gott vom wahren Gott Es handelt sich hierbei um das gleiche Glaubensbekenntnis Wie es mit einigen wenigen Ergänzungen in vielen anderen Kirchen des Ostens wie des Westens verwendet wird Jesus hat dem koptischen Dogma zufolge eine gottmenschliche Natur, die so vereint ist wie Feuer und Eisen in einem glühenden Eisenstück Papst Dioskorus, der Patriarch von Alexandrien, der auf dem Konzil von Chalcedon 451 den orthodoxen Glauben verteidigte Widersprach der Trennung beider Naturen Christi mit dem Ausspruch Ich sah Christus über Lazarus tot weinen, also ist er Mensch, ich sah ihn Lazarus von den Toten auferwecken, also ist er Gott Besonderheiten Von allen anderen orthodoxen und orientalischen Kirchen unterscheidet sich die koptische Kirche im praktischen Bereich durch ihre Jugendarbeit Was mit der sogenannten Sonntagsschulbewegung zusammenhängt, die ebenfalls einzigartig ist, und ihre sozialen Dienste Sie hat sogar ein eigenes Bischofsamt für soziale Dienste und Ökumene Bildung spielt eine große Rolle, was aus der Christologie gerechtfertigt wird Die Papstwahl erfolgt nach einem längeren Konsultationsprozess unter Mitwirkung aller koptischen Bischöfe und der ägyptischen Regierung durch Losverfahren in der Markus-Kathedrale in Kairo Ein ähnliches Verfahren kennt die serbisch-orthodoxe Kirche Liturgie Die Liturgie in der koptischen Kirche, deren kürzeste Form die Liturgie des HL Basilius ist, dauert etwa drei Stunden Sie besteht aus Morgenweihrauch, Stundengebet, Liturgie des Wortes und Anaphora mit Fürbitten, Gedächtnis der Heiligen und Kommunion Die Liturgieform der koptischen Kirche ist der auf dem alexandrinischen Ritus basierende koptische Ritus Vor der Kommunion jeder Liturgie spricht der Priester die sogenannte Homologia, in der er das Bekenntnis ablegt Ich glaube, dass dies der lebensspendende Leib ist, er machte ihn eins mit seiner Gottheit ohne Vermischung, ohne Verquickung und ohne Veränderung Sitz Das Oberhaupt der koptischen Kirche, der Papst von Alexandrien und Patriarch von ganz Afrika hat seinen Sitz offiziell sowohl in Kairo als auch in Alexandrien Tatsächlich wurde das Patriarchat aber bereits 1047 in das 973 zur Hauptstadt erhobene Kairo verlegt Dort im Stadtteil Abbesia befindet sich auch das große Gelände des Patriarchats mit der 1968 geweihten Markus-Kathedrale und dem päpstlichen Palast Konkathedrale des Patriarchats ist jedoch weiterhin die Markus-Kathedrale in Alexandrien ein Bau des 20. Jahrhunderts der an der Stelle der der Tradition nach im Jahr 60 vom Evangelisten Markus gegründeten ersten Kirche der Stadt steht Nach der Verlegung des Patriarchats nach Kairo wurde zunächst die aus dem 3. Jahrhundert stammende hängende Kirche im Nielaufwärts des heutigen Stadtzentrums gelegenen Alt-Kairo-Päpstliche Kathedrale Sie ist Mittelpunkt einer weiteren Ansammlung koptischer und christlicher Einrichtungen Unter ihnen die Georgskathedrale des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Alexandrien, das seinen Sitz ebenfalls in Kairo hat und das koptische Museum Vor der Weihe der heutigen Markus-Kathedrale in Kairo Abbesia war die um 1800 von Papst Markus IX. geweihte Markus-Kirche im zentralen Stadtteil Aspakiya Kathedralkirche der koptischen Päpste Verbreitung Die im folgenden angegebenen Mitgliederzahlen können nur geschätzt werden Afrika für Ägypten gehen die meisten Quellen von 5 bis 10% Christen, davon über 90% Kopten aus Der Fischerwelt-Almanat 2008 nennt, wie auch koptische Quellen, wesentlich höhere Zahlen von 12 bis 15% Kopten Äthiopien Die äthiopisch-orthodoxe Thewahedo-Kirche hat seit der Einsetzung durch Papst Kereus VI. 1959 ihren eigenen Patriarchen in Addis Abeba Der Amtsinhaber Abune Paulus erbart und erhielt 1994 von Papst Shenouda III. die volle Unabhängigkeit für die äthiopische Kirche, die den Papst von Alexandrien jedoch weiterhin als Ehrenoberhaupt und die koptische Kirche als ihre Mutterkirche anerkennt. Eritreie Die zuvor zu Äthiopien gehörende eritreische Kirche hat 2 Millionen Mitglieder und erhielt 1998 von Papst Shenouda III. Die Autokephalie als eritreisch-orthodoxe Thewahedo-Kirche. Der Erzbischof von Asmara wurde zum Patriarchen erhoben. Dessen Thron ist jedoch zurzeit umstritten, da der von Alexandrien und Äthiopien anerkannte dritte Patriarch Abune Antonius für abgesetzt und unter Hausarrest gestellt und mit Abune Dioskoros ein nur von der eritreischen Regierung anerkannter Nachfolger intronisiert wurde. Kenia Einige jüngere Gemeinden Libyen Sambie Einige jüngere Gemeinden Zimbabwe Einige jüngere Gemeinden Sudan Vermutlich 260.000 zu Beginn des 20. Jahrhunderts rapide sinkende Zahl seit Einführung der Scharia 1983 Europa Deutschland Kloster Brinkhausen bei Höxter Kloster in Wald-Solms-Kröffelbach-Kirchen in München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover, Berlin, Hamburg, Heidelberg, Mainz, Trier, Leipzig und Wilhelmshaven, St. Maria und St. Mauritius-Gemeinden ohne eigene Kirchen in Bonn und Bremen, Österreich Zirka 5000 seit 2003 staatlich anerkannt Kloster in Obersiebenbrunn, Kirchen in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Bruck an der Moor, Gemeinde ohne Kirche in Innsbruck, Schweiz Gemeinden in Zürich, Basel, Biel, Vernier, Lausanne, Iwerden Vereinigtes Königreich Mehrere Gemeinden in London, Birmingham, Manchester, UVM Daneben untersteht die britisch-orthodoxe Kirche seit 1994 dem Patriarchat von Alexandrien, Frankreich Mehrere Gemeinden in Paris, Marseille, Toulon, Straßburg und viele mehr Italien Gemeinden in Mailand, Turin, Rom, UVM Griechenland Gemeinden in Athen und viele mehr Asien, Israel Gemeinden in Jerusalem und viele mehr Libanon Etwa 2000 Syrien Amerika Drei Diözesen in den Vereinigten Staaten mit deutlich mehr als einer Million Kopten und Gemeinden in jeder größeren Stadt Kanada Montreal Toronto Ottawa Vancouver Brasilien Kürzlich gegründete Diözese in Rio de Janeiro Bolivien Kürzlich gegründete Diözese Bolivien Australien Fast eine Million Kopten in Australien Bekannte Kopten Boutros Gaili Ägyptischer Regierungschef 1908 bis 1910 Jusuf A. Pasha Ägyptischer Regierungschef 1919 Boutros Boutros Gaili Generalsekretär der UN und der Internationalen Organisation der Frankophonie Einer Organisation französisch sprachiger Länder Siehe auch Liste der koptischen Päpste Liste koptischer Kirchen und Klöster Christentum in Ägypten CTV Koptik Channel Boutros Gaili